König Philippe, überraschen. Putzt Irene bald Hotelzimmer? Irene Odangarin, 17, büffelt derzeit für ihr Abitur an der Ecolin-Schule in Genf. Zukunftspläne hat sie Berichten zufolge schon geschmiedet, vor kurzem wurde bekannt, dass Tochter von Infantin Christina, 57, Vorhabe, an der Ecolin-Hoteliere de Lausanne zu studieren. Um den Bachelor in International Hospitality Management zu absolvieren. Wie Vanitatis nun berichtet, sei die Familie von König Philippes, 55, nicht der überrascht über ihre Wahl, denn an der Schweizer Hochschule müsse Irene ganz unten anfangen. Sie wird Betten machen müssen, sie wird Kellnern müssen, sie wird an Hotelrezeptionen arbeiten müssen. Und das alles im echten Leben, in echten Hotels. Es überrascht uns, dass sie so etwas machen will. Denn es ist sehr hart, aber wenn sie sich dafür entschieden hat, dann weil es ihr wirklich gefällt und sie weiß, dass das seine Zukunft ist, so eine Quelle gegenüber der spanischen Zeitung. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Teda DK, Vanitatis El Confidencial.com Verwendete Quellen, Teda DK, Vanitatis El Confidencial.com Verwendete Quellen, Teda DK, Dauer Branden.com Verwendete Quellen, Teda DK, Vanitatis El Confidencial.com Verwendete Quellen, Teda DK, Vanitatis El Confidencial.com